Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Artikelserie zum Thema komplexe Gruppenschaltungen. Heute soll es um die Berechnung der Spannungen gehen. Nochmal zur Erinnerung die Schaltung. Also wir hatten ja eine Reihenschaltung aus zwei Parallelschaltungen. Zu Beginn haben wir die Impedanzen berechnet und dann die Gesamtimpedanz berechnet und heute geht es eben um die Berechnung der Spannungen. Weil wir die Impedanzen schon berechnet haben, können wir letztendlich diese Parallelschaltung aus Widerstand und Spule ersetzen durch eine Impedanz und die Parallelschaltung aus Kondensator und Widerstand ebenfalls ersetzen. Das mache ich mal. Dann haben wir hier unser Z1 und das Z2, die Impedanz Z2, die wir beim letzten Mal berechnet haben. Gut, um die Spannungen zu berechnen, haben wir im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ich stelle mal die Variante 1 vor. Wir berechnen einfach den Gesamtstrom durch die Schaltung und können dann unsere Spannung an Z1 berechnen, indem wir Z1 mal den Gesamtstrom nehmen und für Z2 entsprechend genauso. Gut, wie berechnen wir den Gesamtstrom? Wir können den Strom einfach berechnen, indem wir die Gesamtspannung nehmen und dann durch die Summe der beiden Impedanzen teilen. Wichtig ist hierbei, dass wir hier komplexe Zahlen haben, Zeiger haben mit unterschiedlichen Winkeln. Das heißt, wir müssen die Winkel berücksichtigen und das machen wir dadurch, indem wir komplex rechnen. Gut, wenn wir den Strom berechnet haben, dann können wir letztendlich die Spannung U1 berechnen als Z1 mal I und die Spannung U2 mit Z2 mal I. Okay, das wäre eine Variante, die man rechnen kann. Eine zweite Variante, ohne den Umweg erst den Strom zu berechnen, wäre folgendes. Man guckt sich im Prinzip diese Reihenschaltung an und kann dann genauso wie im Gleichstromkreis die Spannungsteilerregel anwenden. Das heißt, die Spannung an Z1, also U1, wäre dann die Gesamtspannung mal Z1 durch Z1 plus Z2 und U2 wären entsprechend die Gesamtspannung mal Z2 durch die Gesamtimpedanz. Gut, in der nächsten Folge wird Olaf diese Gleichung mal ausrechnen und dann werden wir auch vergleichen die Variante 1 und Variante 2 und werden sehen, dass dort das gleiche Ergebnis rauskommt.